Wir haben unser Wirtschaftsniveau wieder erhöht gegenüber der Zeit vor der Krise. Das war am Anfang dieser Legislaturperiode 2009 gar nicht so klar, dass das gelingen wird. Jetzt merken wir allerdings, dass es uns nur gut gehen kann, wenn es auch unseren europäischen Nachbarn gut geht. Und deshalb arbeiten wir so intensiv daran, die Schuldenkrise zu überwinden und auch die Wettbewerbskrise zu überwinden. Denn wir müssen uns natürlich mit den Märkten rund um Europa messen und da haben einige Länder in Europa doch noch eine Menge zu tun.